Kurz bevor das Video anfängt, Link zum Kanal wie immer unten in der Videobeschreibung, könnt ihr hier gerne mal abchecken. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Reaction Video. So habe ich immer das Problem, dass die Videos zu lang sind. Heute sind sie ein bisschen kurz, 2 Minuten und so. Drum werde ich einfach heute mal ein bisschen mehr hier reinschauen. 181 Abonnenten, stabil. 3500 Aufrufe, ist auch stabil. Ja, dann knallen wir einfach mal direkt los, bam bam, ganz schnell. Heute mit dem Goat Grausel. Ich glaube, das ist jetzt kaputt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube es ist kaputt. Abströmung, denke ich mal, ist nicht so interessant. Mein neues Intro, das ist auch geil. Also zumindest die Musik. Die ist ganz geil. Das ist so richtig immer meine Motivation Musik. Wenn ich irgendwas brauche, um mich zu motivieren, dann höre ich immer das Lied. Das ist schon cool gemacht, auf jeden Fall. Push-Video ist, denke ich mal, nicht gerade. 10 Fakten über Christian Gausset. FM-Content. Alles über Fußball. Viel Spaß mit dem Video. Grüße gehen raus an Osas. Durch ihn habe ich diese Video-Idee. Cool. Ach, ah ja. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Als ob der schon 36 ist. Der schaut aus wie 20. Oh, er ist im Molde geboren. In Norwegen. Gausset wurde am 16. 1984 geboren. Alter, ist der schon alt. Kann als ZM und ZDM spielen. Gausset kostet 100k. Ja, den kann ich mir auch kaufen. Der spielt dann ab sofort in meinem Garten. Gausset ist seit dem ersten Vereinslust sein letzter Verein war Mojang. Die Größe von Gausset. 1,89. Gausset hat 51 Tore und 36 Forderungen. Ja, gut. Bei mir würde da ein paar mehr schießen. Der Berater von Gausset. Heißt Esbin Robeck. Der volle Name von Gausset. Christian Andreas Gausset. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen. Wenn ich wäre, ist das halt dezent peinlich. Aber nur dezent. Ja, dezent. Huch. Das hätte ich jetzt nicht zeigen dürfen. So, mein... Ist auf jeden Fall ein cooler Kanal. Könnt ihr gerne mal abchecken, falls ihr Interesse habt. Ähm... Ja... Dann, ähm... Würde ich mal sagen... Checkt ab, um mehr von seinem Kanal hinzuzusehen. Und, ähm... Hier... Sieht man halt bekannte Gesichter. Olber, Stürmi war da oben. Thiele... Roblox-Ehrling... PU... Hansus... Nevio... Sieht man halt bekannte Gesichter von mir. Wo ich halt auch so kenne. Oder ich sehe da halt bekannte Gesichter. Aber damit danke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Tschüss. Tschüss.